Guten Tag, meine Lieben, ich habe jetzt einen neuen Namen, ich bin Don Quixote, ich kämpfe gegen die Windmühlen und mache mir einen Namen, ich kämpfe gegen die Windmühlen. Was soll ich denn noch machen, ich muss mich verlieren, in meiner Kampftechnik. Wir sind in der Nähe von der Stadt San Pedro, auch da gibt es viele Schlafschafe noch, die mitkämpfen wollen gegen die Windmühlen. Ich habe sie gefragt und mal sehen, ob das klappt. Irgendwann haben wir dann die Windmühlen besiegt. Heide-Wittbühle heißt Merkel, ist besonders stark, denkt sie aber, ich bin stärker.